Hallo Leute, ich möchte euch gerne bei diesem Router zeigen, wie ihr alles zurücksetzt. Weil das Ding ist ja von YouTube Media. Wenn ihr zum Beispiel einen Vertrag kündigt, kriegt ihr meistens so ein Schreiben, dass die das Ding zurückhaben möchten. So, und bevor ihr das zurückschickt, gebe ich euch auf jeden Fall einen kurzen Tipp und einen sehr guten Tipp. Und das müsst ihr auf jeden Fall, oder solltet ihr am besten machen, generell. So, in dem Moment, bei dem Router befindet sich ein Reset-Knopf. Und hier müsst ihr 20 bis 30 Sekunden, ich schätze mal so 20 Sekunden müsst ihr draufhalten. Hier so ein Knopf, am besten eben so ein Stilft am besten dran halten. Reindrücken, oder mit Nadel, was weiß ich, was ihr so alles habt. Etwas Spitzes halt, und dann draufhalten. Und das wird dann zurückgesetzt. Nach 20 Sekunden fangen hier die ganze Beleuchtung an zu blinken. Das heißt, das Ding wurde komplett zurücksetzt. Das wollte ich euch mit auf den Tipp geben, bevor ihr das zurückschickt, sicher ist sicher Leute, setzt das immer zurück. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Ciao.